Hakuna, Paz, Kalabu, Zenshubi, des Alkoholens, Schenkwunden und Reis und Herzlich Willkommen zu Rainbow Six Siege. Heute auf der Geil-Map, Kaffe Dostoyevski zusammen mit Mabossa, äh lalala. Nein. Kaffe Dostoyevski und geil in einem Satz, dann passt nur geil scheiße, ja. Einen wunderschönen Hakuna oder auch Hatsubir, Torwinter, Spice, Papagoccia. Ja, aber trotzdem funktioniert es irgendwie einigermaßen immer. Ich wurde auch häufiger mal gefragt, Marvin, welche Map magst du gar nicht? Absolut null. Da kann ich Kaffe Dostoyevski gar nicht dazuzählen, sondern es gibt nur eine einzige Map, die ich dazuzählen würde und das ist Emerald. Alles andere geht vollkommen klar. Leer, Nighthaven, Outback. Eigentlich kann man alles andere irgendwie zocken, ja, bis auf Emerald. Aber ich muss auch sagen, ich mag Theme Park und Outback und Nighthaven Labs schon nicht gerne. Ich würde gerne auf verzichten, die zu spielen. Verstehe ich, verstehe ich. So, ich bin unterwegs mit Zero, meinem geilen Glacierskin. Der Flex ist da. Die Aufsatztarnung ist by the way... Gold. Lifeblood, lifeblood irgendwas. Life is strange. Oder so. Theme Park ist bad. Ja, Theme Park ist auch nicht so geil, aber es geht. Hat es eigentlich Sinn, hier so eine... Digga, Ash, okay. Aber die sind gar nicht oben. Sind gar nicht oben? Die sind oben. Die sind oben. So wenig... Ist überhaupt nichts reinforced, fand es egal, auch schauss. Main hallway, Vigil, Boss G. Haben wir irgendwie hier die Hedges aufmachen können? Ja, ich habe eine Shotgun. Wo war... Wo war das? Ja, Vigil tot. Dann mach ich die Scheiße auf eben, ja? Oh, warte. Ja, ja, Hedge gerne, ja. Oh, schön. Die Lucian Ping. Is gone. Okay. Ziganosch is clear. Freude is clear. Freude is clear. Freude is clear. Weezer is clear. Ist einer noch da drunter? Oh, ich höre hier wen. Ich habe den Diffuser, okay. Shit. Oh, wen haben wir denn da? Der Puls ist hier, ne? Ich weiß, keiner wo Jäger ist. Kannst du mir sagen, wo Jäger ist? Nee, ich sehe ich was. Ich blow was. Jäger ist drüben anscheinend. Was war jetzt drüben? Da drüben. Dann lasst du planten, oder? Ja. Bei der Barker hast du planten. Watch out red, sirs. Ja, der ist genau gerade hinten durch. Was heißt hinten durch? Muss ich abbeheilen. Ja, da halt. Ja, oder? Der Puls ist auch. Jo. Frage ist... Bin am Start. Plente. Niko. Niko. Ey. Digga, sag doch das, bevor du plantest. Ich bin gerade weggelaufen, Alter. Hier, warte. Aber nee, ich habe... Pass auf, letztes Puls, ne? Ja. Versuche, irgendwas zu sehen. Ja, chill. Ja, der versucht gerade die Dinger kaputt zu machen, ja. Geil. Die Dinger. Nein, die Gridlock-Dinger. Auf white, glaube ich. Jetzt schafft er es, glaube ich, nicht mehr. Briezer. Hinter dir, ja. Digga, dass du einfach weg bist, ey. Ja, ich dachte halt, wie kriegt man die Jäger da hinten weg? Weil ich wusste nicht so einfach, dich traust du, da durchzusprinten. Digga, du meinst, jetzt musst du dich beeilen, Digga. Ich beeile mich so, ich renne nach vorne. Bumm, 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 bumm. Denkst du, okay, da kommt ein bisschen ein Backup? Ja, ich meinte, wenn du da hin willst, musst du dich beeilen, weil der Jäger schießt halt, der schießt gerade durch, aber der steht genau davor. Ja, dann bin ich rufgerannt. Deswegen wollte ich gerade über White Stairs rumflecken und würde von der Seite halt irgendwie bedrängen und dann bist du aber schon nach vorne gesagt, das kann man sich blenden. Das habe ich halt. Ja. Am Ende hat es ja zum Glück dann funktioniert. Möglicherweise habe ich den Jäger geholt. Habe ich da gestorben? Das wäre schlecht gewesen, ey. So, zum Glück, also, es ging auch wirklich gerade so durch, ne? Also, es war fertig, bam, und ich dachte nicht, dass es durchgegangen wäre. Ich war dann sehr beruhigt, als der Jäger tot war und der Defuse lief. Ähm, und übrigens, der Spot, wo der Jäger war, da hinten, wo diese kleinen Bars stehen, der ist Cocktail. Okay, wir müssen uns merken. Ja. Cocktail. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. In B4. Kleine Insider. Sind die... Wieder oben? Also, Kitchen höre ich nix. Also, ich werde auf jeden Fall Lörriss nehmen, Digga. Wenn die Melusi haben und vielleicht auch noch Asami, dann ist aber... Lörriss aber... Asami hatten sie gerade. Melusi haben sie. Ja, bei Asami war ich gerade sehr froh, dass in Ziganosh die IQ, die ich so schnell wegbekommen hat, ey. Von der Seite einfach. So einen Winkel, den die Asami nicht erwartet hat. Okay, Vigil wahrscheinlich wieder mit Boss G, da müssen wir natürlich aufpassen. Komme ich leider nicht ran, aber hatte Zero nicht mal mehr Camps? Oh war das jetzt White? Soll ich hier ne Claymore aufstellen, bevor ich hier lange rumkocht war? Melusi Gerät ist weg, destroyed Melusi Gadget. Alter. Geil. Dann geh ich auch mal langsam rein, ne? Sigarlounge clear. Washrooms clear. Wollen wir nochmal drohen? Ach ne, da war gerade glaube ich Azami, oder? Wir drohen dich auch nochmal kurz, Digga. Warum nicht einfach safe runterspielen? Ey, ich bin doch gerade weg. Ich bin gerade wieder weg, Alter. Okay, ich geh rein, weil ich hab den Diffuser. Vielleicht sollte ich mal langsam was machen. Alarmian White. Sigarlounge too white. Verschaff euch. Nice. Der einzige, der gestorben ist, war Deko. Der hat geacet? Echt? Ace? Krass. Fünf Kills insgesamt. Diese Runde kommt mir alles alleine gemacht. Where played? Crank. Sagen wir einfach mal, where played? Okay, die wollen jetzt gerade so zerrissen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die noch einmal dahin gehen und jetzt eher nach oben gehen. Und da hätte ich schon Bock irgendwie auf Ram alles aufzureißen oben, Digga. Alles wegzuknallen. Egal, ich muss einfach im Attack Zero spielen. Ich brauche mein geiles Glacier-Skin. Der war so teuer. Ich muss jetzt spielen. Genauso wie ich gleich alles Battle spielen muss. Aber ich spiele eigentlich... Ach, scheiße. Ne, erste Runde. Oben ist eigentlich Legion. Ich greife auch jetzt von oben an, sollten sie unten sein. Dann spielen wir uns schön runter. Und dann, äh, ja, können wir jagen gehen, Digga. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie mit einem Programm, dass ich die Pings von Deimos oder Deimos oder Reismos, dass ich die hier rüberschicken kann? Vielleicht gibt es so eine Möglichkeit, dass ich deinen Stream nehme, den abcapture und den aber auf mein Spiel lege, aber mit so einer sehr schlechten, ähm, hier, Capacity. Opacity. Transparenz, ja. Ja, ja. Vielleicht könnte das klappen. Das wäre richtig geil, Alter. One is roaming. Ja, wer? Hm. Im Train, also oben. Aber wie ein, ne? Ja, ich kämpfe mich komplett nach oben. Also gehen wir in die Galaus rein? Mmh, Skylight würde ich sogar sagen. Skylight, 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 Highlight. Hä? Was war das? Ja, ich hatte gerade auch. Rewind. 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 Also, ne, war das selber. Kann keine Drohne, jetzt kann ich Drohne schmeißen. Dann fahren ein bisschen in den Bar rum. Oh, höre ich was? Ich habe doch gerade was gehört, Digger. Zigarloch ist clear. Ich höre ja auf jeden Fall was. 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 Okay, fährst du rein? Dann dropp ich. Richtung Wide vielleicht nochmal fahren? Warte, ich fahr nochmal selber, Digger. Ja. Hier ist auf jeden Fall alles free. Ich bin drin. Ich bin schon drin. Okay, warte. Ich fahr White. Ich fahr White. Ich fahr White. Ne, White. Sehe ich auch nichts. Ne, dann spring ich jetzt rein. Dann würde ich jetzt einmal... Soll ich den Puls mal jagen? Oh. Red Stairs. There is one Red Stairs. Red Stairs unten ist einer. Ich jage mal den Puls. Wir haben noch einen Kapkan. Puls in Train. Ah, hier ist einer. Ja. Das ist Red, der kommt Red. Nein. Ganz weg. Hier, hier. Der ist unten, der ist unten. Fuck, Alter. Jetzt haben wir vorbeigelaufen. Echt? Digga, wie? Ich hab Kite. Was? Wen soll ich jagen? Wen soll ich jagen? Wen soll ich jagen? Wie der Puls? Mach mal Puls. Ich glaube, der ist... Ja, ich jage Puls. Irgendwo da drüben. Der ist an Ping. Ping One. Ping One ist da. Hier einer. Ping ist jetzt direkt hier. Fuck. Jetzt rüber. Wir müssen jetzt langsam was machen, Dicco. Ja. Wir haben nicht den Diffuser. Nein, hinter mir! Oh, Digga, ich dass ich... Oh, f*** mich, ey. Digga, du darfst nicht mehr... Wenn du tot bist, so viel reden, wenn ich gerade so am Pushen bin, ey. Das ist sehr, sehr nervig. Okay, die wussten aber auch... Okay, ich war hier sehr schnell tot. Okay. Das war... Ich stehe 0-2? Krass. Okay. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ah, das ist der Puls einfach... Ja, das war richtig... Also... Der ist ja auch irgendwie vorbeigelaufen. Das Ding ist, dass auf den Red Stairs unten noch einer war vorher. Da hatte ich... Da war ich zu zurückhaltend. Der war weg. Mit dem Puls ehrlich ziemlich easy haben können. Hmmm... Was machen Sachen? Digga, Jill Bär, Digga, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich picke... Lesion. Du nimmst Lesion. Ich würde den Klassiker nehmen. Mute. Aber irgendwie ist der... Scheiße, Alter. Zu Klassik. Ja, aber auch der Diffuser lag... Keine Ahnung... Irgendwo... Irgendwo draußen, ja. Das war nicht gut. Okay, let's go! Wow! Machen wir. Wieso? Stormplayer schreibt gerade Danke. Hab beim... Beim Pferderennen verloren. Okay, das war random. Diese Aussage aber okay. Also... Ja. Genauso random wie für dich ist es übrigens auch. Ja, warum liest du dann sowas vor, Digga? Sowas Kontextloses. Worum gehst du? Du bist ja sonst immer White, ne? Äh... Du gehst weiter. Hm... White... White Freezer. Jaaa... Dann gehst du. Jaaa... Weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Den schimmel ich jetzt erstmal im Train. Nein. Mhm... Mhm... Weiße Seite... Routier... Profi... Oh! Ihr seid beide da? White Tf! Ne, ich hau ab. Ich brauch hier vorne. Ohne. Geh jetzt weiter hoch, oder? Geh jetzt weiter nach oben, ja. Ich guck mal kurz, ob ich ihn sehe. Mhm... Nein... Boah! Alter! Hier am Fenster ist einer. Boah, leck mir die Eier, ey! Wir haben eine Drohne, die fährt jetzt nach unten. Ah, längst. Die Fenster hier sind zu. Okay, da kommt jetzt einer rein. Ich weiß halt nicht. Zu spät? Das war, glaub ich, nur der Bug, ne? Ja, hier hab ich gesehen. Irgendwenn New Hedge geht, das wär super zu wissen. Ja, der Black besenkt die ganze Zeit da am Window, ne? Die könnte rausrennen. Soll ich? Ich weiß nicht, ob da eine Claimor steht. Hier auf der Seite ist er, ne? Eins abhängen. Ja, das ist ein Claimor. Now in Zigarlausch. Now in Zigarlausch. Red Head stopped. Red Head stopped. Also der hängt hier am Window, Marvin, ne? Ja. Oh mein Gott, Digga, wie ich schnell ausgewichen bin. Ja, die... War da was? Weiß ich nicht. Bin... Warte. Ne, ich grad nichts. Nicht schon wieder nichts. Nicht schon wieder nichts. Nicht schon wieder nichts. Minuspunkte sogar noch gemacht. Wir haben auch Minuspunkte gemacht. Wie das? Minuspunkte wie das, ey? Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Warum siehst du das? Meine Legion, du hast du gesehen? Mein Legion ist anderthalb Sekunden vor deinem C4 gelandet. Oh Mann, ey. Digga, ich hab auch keinen Schwanz gehabt. Außer den einen ganz kurz am Window. Der mich auch fast erwischt hätte. Weil ich mich erschrocken, das war ein richtiger Jumpscare. Wird das jetzt eine Nullwunde oder was wird das hier? Warte mal. Ich hab schon kills. Ja, dankeschön für gar nichts. Oh, ich kann jetzt mal zumindest was ausprobieren, ne? Nehme ich Caveira. Wobei ich muss ja... Ich muss ja für dich die Dinger aufmachen, ne? Dann würde ich... Ich zock sie nie, ne? Ich würde dann die Shotgun nehmen. Ich hasse die Shotgun von Caveira, aber... damit ich die Löcher für dich aufreißen kann. Bin jetzt deinem Co-Pilot, Digga. Ähm, werde ich Caveira nehmen, ja? Ja, also du kannst auch Mute spielen, aber ja. Ich will ja immer was anderes spielen. Ja, wenn's bei mir schon nicht läuft, Digga. Ist aber nicht gut. Erst recht nicht, wenn's nicht läuft. Also Mute ist eigentlich... Also muss man hier nehmen. Muss man, ist eigentlich Pflicht. Ja. Dass wir keinen dabei haben. Will ich losgelöst. Ja, aber hier wahrscheinlich... Ich wurde schon gespottet. Hm. Ich liebe. Da war wahrscheinlich Kite im Maxim. Zwei Drohnen hab ich erwischt. Digga, was machen die da? Hm. Was machen die da? Das soll offen bleiben, oder was? Ich bin not in Mules. Die machen wieder irgendwelche komischen Technics hier. irgendwelche komischen Winkel-Technics. Ich geh in den Freezer. Nein! Achso, du drauf gewollt. Ist die Edge so im Freezer, oder? Achso. Ne, 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 ne. Macht Valkyrie gerade. Okay, ja. Ja, die Löcher sind super. Richtig schön weit aufgeh... Ja. Ja. Ja, kommt oben lang. Los. Ja. Ja. Ja, Tür geht auf, aber irgendwie rappelt auch nach oben. Ja. Valkyrie springt raus. Valkyrie holst nicht den Kill. Und Valkyrie stirbt. Valkyrie stirbt. Oh nein, Deimos. Digga, warum haben die Deimos? Die Drone hier, oben. Nein, der jagt mich, Deimos. Wo ist der? Die sind hier über mir rein. Die sind hier über mir rein. Zu zweit. Marvin, zu zweit. Ich hätte doch auf die Shotgun wechseln sollen. Digga. Ja, der wusste es einfach, Digga. Digga, warum wurde ich markiert? Digga, einfach 0-3 und wir werden das Ding gewinnen, ey. Hier oben, zwei, ne? Drei Leute oben. Wenn ich Deimos wäre, würde ich auch die Kavera markieren. Ja, natürlich. Drei Leute oben, ne? Three guys top. One was on ping two. Ey. Digga, wie kann der bitte da verkacken? Komm, Diko. Carry das. Digga, warum schießt du denn nicht weiter? Ey. 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 Let's go back. Never change the running system. Ich werde wieder auf mute gehen. Dass da auch Sledge kommt, der natürlich sich dein eigenes Loch da machen kann, Alter. Und dann genau da reinkommt, dass so ein scheiß Riesengerät dazwischen ist, ey. Völlig losgelöst. Völlig losgelöst. Völlig losgelöst. Ich werde Mute nehmen, aber... Also die Gun-Fights, die gerade verloren worden sind, das war echt weak. Let's play only two Roamers, please. Der sagt, der Typ, der einfach rausspringt, Alter. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte jetzt den Kommentarfachstiffen dabei, ja. Aber dass ich wirklich noch 0-3-0 stehe, ey. Irgendwas stimmt hier in der Zeitmatrix nicht, ey. Wobei, ich glaube, sei es der den einzigen Grill gemacht hat. Ja, hat er sogar, hat er sogar. Aber... Darf er was sagen. Okay. Aber es war schon eine lustige Runde, Digga. Aber Deimos, Deimos, Reismos, Digga. Warum Reismos, ey? Wobei, wenn man eine Kavera hat, muss man eigentlich Reismos auch nehmen, ey. Ist schon... Ist schon gut. Dann wurde hier ein C4 geschlossen. Ja. Ja, die hätten mal... Die hätten mal über den scheiß Hedge runterkommen sollen, den Train, ey. Hätte, wenn und wäre, ne? Die haben gut gejount, Digga. Leider, ja. Und Reismos, ne gute Reismos. Er hat das auch leider gemacht. Die werden wahrscheinlich wieder krass von oben spielen. Und ich werde mich diesmal auch verziehen wieder. Ja, ich mich auch und selke mich auch. Diesmal nehme ich mein MUT-Gerät mit, weil dann ist das sofort vorbei. Die Hedge zu. Wenn du Gereismos löst, gib mir Bescheid, ne? Dann habe ich hier so ein MUT-Gerät, was du dann nehmen kannst. Na ja, wo? Stell dich dann. Wurdest du gemarkert? Ne, noch nicht, ne. Okay, dann bist du ja eh safe. Ich schau mal eben, ob die oben wieder dronen. Ja, bin auch gerade am Cam. Ja, ich höre Rapples. White ist auf jeden Fall auf. Ich höre Drohnen oben am Skylight. Hier kommt wieder so Bar-Cigall-Launch rein. Hier kommt bei dir, du wurdest gedronet. Ich werde gedeihen musst. You can run, but you can hide. Aua! Red Hedge ist aufs Gedron. Digga, warum ist der nicht tot? Neues Magazin! Wo, wo, wo? Hier! Library! Noch einer, noch eine Library! War der das? Im zweiten. Nein! Wooll! Der ist immer noch da! Ich dachte, den hättest du, Dinko! Er ist immer noch da. Library. Jetzt wird nicht getargetet. Ja. I'm targetet bei Deimos. Library and Library. Ja. Er hat ihn, er hat ihn. Er hat ihn, er hat ihn. Nice. Bakery, last one. Oh mein Gott, ey. Digga, was das hier war. Ich komm hier raus, Alter. Da steht einer. Ich komm hier hin. Hier ist wieder die Twitch, Alter. Ich bin gerade fertig mit der Twitch. Kommt hier zu vier, die stairs nach oben, Alter. Last one war hier, ne? Ja. Oh mein Gott, ey. Digga, dann haben wir auf den Glacier-Skin. Ihr habt noch mal geglutzt. Ey. Digga, und ich renne raus, weil du hast so viele Kills gemacht. Ja, da wird Deimos dabei gewesen sein. Nein. Digga. Ja, war super. Und dann haben wir aber Deimos wirklich schön getrapped. Ey. Der hat mich markiert. Valkyrie war da. Ne. Ne. Marvin. Machst du weiterhin null Kills? Haha. Null Kills, Digga. Oh. Digga, du kommst sogar trotzdem daumen nach oben. Willst du mich fickt noch nicht nicht, oder was? Digga, bei TikTok habe ich alles gar nicht Hüte bekommen, Digga. Ich habe jetzt so einen Hut auf mein TikTok. Was war das zum Fickel? Digga, echt reiche Runde, Muchachos. Ja. Einige Sachen haben funktioniert, einige nicht. Marvin einfach nach fünf Runden immer noch bei null. Sechs Runden, Digga. Aber ey, ich habe einen Assist. Ja, ich habe einen Assist. Ja, 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 ja. Auch nur viermal gestorben, ne? Ja, ja, ja. Was euch gefallen hat, Muchachos? Daumen nach oben. Was sagt ihr zu meinem geilen Glacierskin? Jetzt, wenn man hier mal ein bisschen mehr sieht. In die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye. Ciao. Ciao.